Banjo ist voll das geile Spiel, ja Banjo ist voll das geile Spiel, ja man geht ins Blut, die sehr sehr groovy groovy Beat, ja dim, du 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 dim, du, voll der geile Beat. Selbst im Pausemenü ist das Spiel geil und herzlich willkommen damit zurück in Banjo Kazooie. Wir sind hier wieder am Stissel und lernen heute mal Klenker kennen. An der Stelle kurz vorweg, in den letzten 5 Parts, das ist jetzt Part 9, also in 8, 7, 6, 5 und 4 war so ein weißes Kreuz zu sehen. Und zwar war das, weil ich auf dem zweiten Bildschirm meine Excel-Tabelle offen habe mit wann welches Video kommt. Ich schreibe mir da mittlerweile mal Excel-Tabellen. Ähm, und der hat die mit aufgenommen, ich habe keine Ahnung warum, er hat nur meine Maus mit aufgenommen. Die war auf dem zweiten Bildschirm, wie gesagt, ne, Hauptbildschirm Banjo und, äh, zweiter, ja, ich hab keine Ahnung, keine Ahnung, tut mir auf jeden Fall leid. Ähm, sollte jetzt allerdings nicht mehr drin sein, also wenn doch, dann weiß ich auch nicht, was ich noch machen kann. Aber, weil wir jetzt schon lange genug gequatscht haben, auf geht's, ins Spiel, BÄÄM! Wir müssen nämlich dem guten Klenker etwas Luft machen. Oh, ich liebe dieses Unterwasser-Theme, das ist so toll. Und weil wir ihm etwas Luft machen müssen, sehen wir schon hier, er hat seine fette, rostige Kette. Hier unten mag ich die Melodie übrigens nicht so. Und die Kamera auch nicht. So, und hier müssen wir durchschwimmen. Oh, das, äh, wie heißt du? Sag mal deinen Namen. Hallo, Fischi? Magst du mir mal deinen Namen verraten? Ich weiß, hier ist sowohl ein Jinjo als auch, ähm... Ja, komm schon. So, man kann das Ganze hier ein bisschen austricksen. Ah, wobei, ich kann's nicht gut. Ja, man kann halt hier einfach dreimal... Zack! ...ganz langsam durchschwimmen, dann zählt das auch. Man muss halt nicht große Kreise schwimmen. Aber ich will noch wissen, wie der Fisch heißt. So, und ja, man sieht schon da Goldzähne. Aha. Was kann man da wohl machen? Genau, und Oberaufklänker ist jetzt ein Puzzleteil. So. So. Danke für die frische Luft. Eine Belohnung erwartet euch auf meinem Rücken. Ich hätte ihn vielleicht etwas dumpfert und tiefer sprechen sollen. So, jetzt komm her, hier. Talk to me. Komm schon, ich will deinen Namen wissen, verdammt. Ich weiß ihn nämlich nicht mehr. Ja, das ist lustigerweise kein Witz. Also, es ist... Also, für mich ist es nicht so lustig, weil ich wüsste halt schon... Ich kann übrigens nicht orten, wo diese Blasen im Raum sind. Weil die so eine coole Textur haben. Hallo, jetzt quatsch mit mir, verdammt. Wir haben dich noch nicht gesehen. Jetzt quatsch mit mir, verdammte Axt. Yo. Ja, dann quatsch halt nicht mit uns. Er hat halt gesagt, wenn ihr etwas frische Luft braucht, dann hier habt ihr etwas oder sowas. Oder kriegt man die Meldung erst, wenn man... Ich weiß nicht, braucht man dafür mit bestimmten Triggers, braucht man dafür bestimmt irgendwie so und so viel Sauerstoff übrig, oder... Oder muss man ihn mit etwas weniger Luft anreden? So. Yo, Digga. Nee. Es wird langsam eng. Aber man ist, glaube ich, so ziemlich instant tot, wenn die Luft aus ist. Und mit so ziemlich instant meine ich, man, verdammt, man ist instant tot. Ist nicht so geil. So. Ja, die Noten hier unten sind ein bisschen sehr, äh, friemelig. Und das Dumme ist, ich muss wissen, wo der Kackfisch ist. Komm schon, komm schon. Ich kann die, ich kann die Blasen nicht im Raum orten. Wir werden gleich sterben. Nein, wir werden sterben! Ah, das ist knapp. Entschuldigung. Ich muss gerade hier auf Blasenjagd gehen. Ich kann halt echt nicht orten, wo die Blasen im Raum sind. Das ist so schwer. Ich habe eigentlich ein ziemlich gutes 3D-Vorstellungsvermögen, aber das, das war jetzt geraten. Weil man hat halt einfach bei den Texturen keinen Anhaltspunkt, wo die sein können. Ich glaube, wir brauchen so um die... 3, äh, Lufthonig-Waben. Keine Ahnung, wie man das nennen kann. Äh, um wieder nach oben zu kommen. Also bis nach ganz oben. Entschuldigt. Einfach hoch, einfach hoch. Wir haben alles. Dann will halt der Blasenfisch da unten nicht mit uns reden. Nicht eng bleiben, bitte, Benjo. Tu mir das nicht an. Hier gibt es noch eine recht enge Luftpassage. Da müssen wir... Also ich weiß auch nicht mehr genau, welche das war. Da gibt es auf jeden Fall am Ende eine Honigwabe. Und das ist dann wirklich so... Yo. Also man schafft es gerade so durch. Ohne zu sterben. Also man hat ein bisschen mehr Zeit, wenn man, äh, so ein sehr optimiertes Movement hat. Was ich natürlich nicht habe. Ich kann bei Benjo, weiß ich nicht, ich habe total Probleme mit dem, mit dem, äh, Bewegen unter Wasser. Jetzt muss man ernsthaft nur drei Eiern treffen? Oh man. Das wusste ich auch nicht mehr. Zack. Zahn Nummer eins ist offen. Auf dieser Seite ist es schon viel besser. Klenker hat die Belohnung verschluckt. Ja, da vorne, das, äh, der, der Zahn da vorne ist erstaunlicherweise einfach nur so hässlich. Äh, das wollte ich gar nicht. Ah, ich rate, ich kann meinen Code Toastik nicht so gut bewegen. Ja. So. Oh, dieser Zahn. Oh shit, ich bin versehentlich reingeschwommen. Ja. Und, äh, da ist natürlich dann die Belohnung. Wo wir nicht hinkommen. So, und hier kann man natürlich nur mit, äh, unser, mit unserer tollen Vogeldame-Kesu hier rum flattern. So. Wir sind jetzt in Klenker. Ja, es ist durchaus, äh, etwas sehr seltsam. Das stimmt. Vor allem, weil diese Tentakel-Dinger hier rumschwirren. Und die sind sehr, sehr dazu geneigt, mich zu treffen. Warum allerdings, keine Ahnung. Die tun es gerne. So, und das ist eine Ring-Challenge. Da muss man, wie es schon quasi, Captain Obvious sagen würde, Autsch, das auf jeden Fall nicht tun, weil dann hat man ein kleines Problem. So, das könnte jetzt zeitlich recht knapp werden. So, ist aber eigentlich recht klar, äh, welche Ringe nacheinander kommen. Ähm, es ist, wie gesagt, eigentlich recht klar. Ich glaube, ich starte einfach nochmal neu. Okay, man muss wirklich. Nicht nochmal, bitte. Danke. So, hier waren doch irgendwo ganz viele Ringe. Ja, hier. Also zwei. Ja, ganz viele. Ja, schaden wir, glaube ich, nicht mehr. Also, wenn wir jetzt nochmal getroffen wären, auf jeden Fall nicht. Ansonsten wird es zwei, eins, Risiko. Es, ich wollte gerade sagen, es gibt noch einen Ring. Oh Gott, das hätte ich mich nicht daran erinnern können, zumindest. Danke, Klenker. Danke, Klenker. Ach, die guten Jingles, Mann. Geil. So, ähm, in Klenker lernen wir nämlich auch außerdem, habe ich, glaube ich, auch im letzten Part schon erwähnt, was diese Goldfedern hier können. Ähm, allerdings dürfte ich mich jetzt an dieser Stelle bitte nicht fragen, wo, ich habe keinen Plan. Es, äh, es ist raus. Ich weiß auf jeden Fall, was wir dafür kriegen, dass wir... Nee, das auf jeden Fall nicht. Da hoch. Das könnte eventuell noch sein. So, wir können auch nur zehn goldene Federn tragen. So, und deswegen, äh, da wir auch schon ziemlich viele rote Federn haben, auf geht's, Flugplattform, ahoy! So, wir wollen allerdings nicht raus. Oh, wir müssen auch passen. Ah, eine müssen wir leider doch verschwenden. Na? Ja, weil... Ja, weil... Wuhi! Ist zwar überflüssig gewesen, aber... Ja. Äh, hier gibt's auch was ganz Lustiges. So, ich versuch's mal. Also, nur für den Rückweg dann. Oh, mit diesem Move schützt dich Kazuhis Flügel wie ein Schutzschild. Bye-bye. Hey, cool. Macht mich das, äh, unverwundbar? Na klar, halte den Trigger und drücke den rechten Z-Knopf. Halte danach den Trigger gedrückt. Aber setze diesen Move sparsam ein. Denn er kostet dich jedes Mal eine goldene Feder. und von denen kannst du nur 10 tragen. Habe ich schon gesagt, danke. Hier hast du 5 von diesen wertvollen Federn. Ja, wir sind schon voll. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ja, danke. Ihr habt bereits alle neuen Moves dieser Welt gelernt. Cool, man. So, ja, ähm. Ich überlege gerade, wann der zeitliche Trigger war, weil man kann hier sogar durchlaufen. Das ist so lustig. Nee, das war's nicht. So, so. Nee, da war's auch nicht. Okay. Okay, aber man kann eigentlich ziemlich gut durchlaufen. Der Anfang war recht gut. Am Ende habe ich es dann verkackt, aber ich glaube, wenn man einmal getroffen wird, ist man vom Zeitgefühl her, vom Timing jetzt, habe ich es, ist man, glaube ich, ziemlich draußen. Und so sieht es halt aus. Ja, wir wurden jetzt dreimal getroffen, wären, hätten wir jetzt nichts, ja, okay, ich hätte es nicht überlebt. Aber wir wären jetzt nur dreimal getroffen worden, wären wir einfach straight durchgelaufen. Also, eigentlich ist es nicht so gefährlich, wie es aussieht. Äh, Speedrunner sind halt so, die laufen da einfach straight durch. Äh, das weiß ich, weil es kam, soweit ich weiß, glaube ich, 2016 Summer Games, dann kriegt wieder ein Speedrun von Benji Kazooie mit raus. Kann aber auch sein, dass ich mich irre und das letztes Jahr war. So, und wir sind auch eigentlich schon am Ende des Parts angelangt. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns doch zum Schluss nochmal ein paar Noten, die, äh, in der wir ziemlich gut verteilt sind. Verlassen wir Klenker noch ein wenig. Durch deine, seine Kiemen. Und dann betrachten wir den Guten doch nochmal von außen. Und dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine von... Wartet mal, ich hab ne Idee. Ich schwimme mal so, dass wir ihn von Tal sehen. Das ist bestimmt niedlich, der Typ. Bestimmt niedlicher, kleiner Fratz. Ja, ist er nicht knuffig? Das war es für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da. Und für den Fall, dass ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, euer Raccoons, der Play und... Ciao!